hey leute und herzlich willkommen zu einem weiteren guide video zu ghost of tsushima heute geht es um die rüstung von tadori der weg dann ist nicht immer so ganz klar und auf die karte schaut und deswegen habe ich ein video dazu gemacht ein hinweis ein wichtiger hinweis du musst auf jeden fall zuerst die ruhestätte besuchen wenn du da bist und da so ein bisschen rumläufst ein bisschen untersucht bisschen loot ist wird es früher oder später zu einer szene kommen die möchte ich in diesem video aber nicht spoilern deswegen habe ich sie herausgeschnitten nach dieser szene geht es dann weiter alles andere ist selbsterklärend hier in dem video das jetzt startet viel spaß das ist hier ja 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 und woher wissen die von diesem ort meine karte ähnlich der von der lila krone Tadagiovis Ruhestätte. Tadagiovis Ruhestätte. Tadagiovis Ruhestätte. Tadagiovis Ruhestätte.